So Freunde, willkommen zum letzten Tag des Blutigen Kampftrails, keine Heilung, keine Wiederauferstehung, 5 Sterne, Blau ist immer noch gesperrt, wir sind Top 1, aber ich glaube das liegt eher an unserer offensiven Leistung, 19 zu 1 aktuell, oh oh, wir sind auf D, was ist denn da passiert, das ist natürlich stark, wir haben ein Drittel unserer Angriffe gewonnen, nicht schlecht, gut, also, ja, wenn man natürlich mit dem D abschließen, wäre natürlich ein Jackpot, ja, natürlich gut, ich meine, das sind einfach mal 200 Punkte mehr, ja, was will man mehr, so, oh, Joseon macht jetzt YouTube, können wir mal vorbeigucken, obwohl das ist eigentlich nicht, naja, das ist kein, kein Koreaner, Unleashed, den, der sagt, der war irgendwo anders vorher. Okay, gut, darf ich sagen, starten wir durch, letzte Rutsche, oh, gegen Departed direkt, das ist natürlich geil, mhm, okay, okidoki, ja, da nehmen wir natürlich Cage und Konju mit, ne, weil wir müssen ja den, den Spott erstmal wegkriegen und dann hoffen wir einfach, dass wir da auch irgendwie was kriegen, ansonsten, sonst wird es schwierig, okay, das ist gut, ich würde sagen, wir machen auch direkt den Diamanten tatsächlich, das war jetzt schon ein bisschen too much, wir machen auch den Diamanten, so, sehr gut, Cage, Anna, auf die drei in der Mitte, so, und wir killen mit Konju, okay, so, dann brauchen wir unsere gelben, wir haben hier ein gelbes Match und wenn wir Glück haben, kommt hier unten auch ein gelbes Match, das würde ich einfach mal probieren, wird noch nicht, okay, wenn wir das hier machen, theoretisch, da ghosten wir auch, haben wir die beiden gelben nebeneinander, könnten danach dieses Match machen und hätten hier gelb zusammen, alternativ kommt hier unten was nach, oh, jetzt lösen Anne und Jove aus, ach, herrje, ich kann es halt nicht ändern, ne, auf, 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 den Detektown, das reicht noch, das reicht noch, wir sind, wir sind noch da, okay, äh, Ah? Ah? das ist dann doch ein bisschen too much ludwig war wieder war ludwig nicht das problem sondern diese krassen flanken das ist halt schon nicht einfach ich kann mir keinen Vorwurf machen geschwindigkeitsmäßig ging es nicht schneller da kann ich nichts machen Hulda da muss ich eigentlich Topaz mitnehmen machen wir es auch mit Topaz wir hätten vielleicht ich hatte aber nicht genug Geld um Hachiko anzukriegen für Gegenschlag also das hätte auch nicht funktioniert so wirklich man muss ja schon sagen die beiden haben uns zerstört obwohl sie einen Attackdown hatten also es waren wie viel waren es ah minus 20% okay es ist ein Fünftel aber sie ist halt die die schallern halt trotzdem nicht kaputt so Mist ey oh und das ist wieder so ein Board was gar nicht gut ist gar nicht ja was tun mich hier auf Gelb verlassen indem ich Rot spiele er ist gleich schon voll das dauert auch nicht mehr lange der löst wahrscheinlich zweite Aufladung aus und dann sind wir weg guck mal hier ob wir bei Je-Kun okay hier kriegen wir was hin dann können wir sogar auf Hulda spielen und können jetzt mal gucken ob wir ihn rauskriegen das wäre natürlich jetzt ganz nett eigentlich ja man muss raus oh puh das ist aber auch schon wieder sehr viel sehr viel Mist hier was ich hier kriege jetzt sind meine Lieder in einem Blind Jove und Panther lösen aus okay ja das sind natürlich auch Gegner Junge 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 die bumsen dich oh ja da hast du da hast du keine Zeit das ist das ist das sind das sind krasse Defensiven ne wo du noch nicht mal mit meinen mit meinen paar Steinen da irgendwie eine Chance hast Wahnsinn Wahnsinn heute kriege ich echt einen Aufrufkasse wieder Junge 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 jetzt kommt auch noch der Köter oh ja und es sind wir mal ehrlich es liegt nicht an den Fähigkeiten die die Helden haben ne daran liegt es nicht liegt einfach warte mal war das gerade war das gerade ein doppelt gebrakter Jove ne ja die Truppen die sind auch noch nicht mal gut also die erste ja aber die zweite ist nicht gut aber siehst du halt die ballern halt trotzdem rein ne ja dummer Köter du ich geh weiter mit Geschwindigkeit aber nächstes Mal weißt du was ihr habt heute nicht wirklich einen Zugriff gekriegt ja ich mein das war auch nicht wirklich viel zu holen aber ich versuch's jetzt einfach nochmal mit den beiden pantern und ich hoffe einfach dass ich meine lilanen kriege bevor der Hund auslöst ich hoff's einfach mal sieben lilanen drei ich kriege drei stück drei lilanen gelb hab ich auch nicht also das ist echt echt ein fest heute oh da kam lila aber durch ich muss ich muss direkt auf den Hund gehen ich kann nicht anders zumindest ist er weg das ist schon mal gut wir machen jetzt auch den diamanten tatsächlich d'artagnon wird auslösen aber das muss ich in kauf nehmen vielleicht könnten wir es so machen dass wir den lilanen nicht triggern aber gut dann triggern wir den ganz langsam der ist sehr langsam der Freund das kann doch nicht sein dass der trotzdem auslöst das gift das feuer breitet sich aber aus das habe ich mir nämlich gedacht sodass wir jetzt eigentlich mit unseren lilanen keine chance mehr wirklich haben anne hat natürlich dann auch den schutz drauf eigentlich wäre es geil wenn horus sterben würde also bevor sich das alles da ausbreitet ja das war gut ich weiß anne löst jetzt aus aber ich hoffe einfach mal dass sie mir jetzt nicht alle auf einmal rausschallert gut danke das ist auch wieder die woche lief definitiv zu gut das konnte das spiel jetzt irgendwie nicht auf sich sitzen lassen habe ich das gefühl spiel geht mir doch jetzt einfach nur ein match noch ein match mehr will ich nicht ein match danke am ende sind es drei niederlagen wenn wir jetzt nicht wenn wir jetzt sogar ach schon wieder departed warum kriege ich jetzt am letzten tag nur departed was soll das denn ok wir gehen mit dem panther heute ist das board ist gut was gelb angeht stop trigger nicht tt cherry ach komm schon meine güte das muss doch alles nicht sein wir haben hier viel wird einfach mal aber erlang ist auch scheiße ich spiele erst auf erlang hier so machen junge 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 heute kriege ich aber richtig richtig zu tun hier was die gegner angeht man 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 so das gute ist nach den ersten beiden angriffen habe ich ja wir müssen uns einkaufen aber wir müssen uns nicht einkaufen das ist schon mal ziemlich gut trotzdem nerven mich ein bisschen die beiden Niederlagen ich bin ehrlich also aber es ist halt das ist halt gegen den muss man nicht verlieren bin ich der Meinung gegen den kann man auch mal da haben wir schon andere Kaliber gehabt aber gegen Departed kann ich verlieren jetzt habe ich gegen Departed gewonnen dann bin ich erstmal gut und jetzt spiele ich gegen Ithit Z ich fände das cool dass ich die Leute kriege die ich kenne also das muss ich ja mal fairerweise sagen das ist ja nicht schlecht aber das hier ist halt auch wieder kein Spaß ja ich glaube wir machen gleiche Prinzip ich meine das ist jetzt welche Panther und Bastard schneller auslösen mal gucken welcher Panther zuerst auslöst alles klar obwohl wer weiß welcher Panther mal gucken wir haben sechs gelbe so die Frage ist jetzt müsste ich mal ein bisschen überlegen ich könnte hier das na nee warte mal finde ich nicht die blauen spiele sind die nebeneinander die sind hier zwei die sind da zwei wenn ich den spiele und den spiele ich habe gerade überlegt ob ich irgendwo wenn ich meine sechs habe ghosten kann um wieder meine sechs zu haben aber das sieht jetzt hier erstmal nicht so aus das heißt ich würde hier spielen und ich würde da spielen und dann müsste man mal gucken wie man da rauskriegt wobei wenn ich das mache könnte ich danach hier die blauen spielen und hoffen dass da auch gelb kommt das wäre eventuell was ich muss die gelben hier zuerst spielen weil wenn ich jetzt hier spiele und hier rutscht ein blauer hoch dann macht er mir das kaputt heißt wir müssen das erst so machen jetzt können wir das so machen okay so ich habe erstmal jetzt nichts mehr wenn ich die blauen spiele dann habe ich hier gelb und gelb der gelbe ist aber da darauf zu ersetzen dass ich hier einen gelben kriege ist natürlich riskant das gebe ich zu aber ich habe eigentlich auch keine alternative irgendwie die andere alternative wäre hier zu hoffen dass hier ein gelber kommt und gehe ich lieber hier und gehe hier auf die Seite wenn ich natürlich die spiele sind die nebeneinander der rutscht einen um der rutscht auch noch um schwierig schwierig wir ich versuche erstmal den hier dann gucken wir weiter ich hätte nämlich nicht killen können das habe ich gerade schon gesehen ich hätte nicht killen können habe ich dann hier und dann hätte ich da wieder welche hau den Panther raus ich mache das so kann ich in Bastet spielen Bastet dürfte noch nicht auslösen gut dann spielen wir jetzt wieder hier hin attack down jetzt könnte man das hier machen und hoffen dass hier gelb kommt alternativ dann löst Leonie das auch aus aber ich habe ja ich habe ja eigentlich kaum Mana hat aber auch nicht funktioniert so und jetzt haben wir schon verloren weil jetzt kommt der Panther und gleich kommt Jovo auch um die Ecke und dann sind wir trotzdem weg obwohl wir uns hier relativ gut eigentlich durch gehangelt haben mit dem was man einigermaßen hier machen konnte jetzt müssen wir ganz schnell an lila kommen dicke lila kombo vielleicht ne ja jetzt kommt Jovo und jetzt sind wir weg oh Junge das ist aber auch du kannst da nichts machen das ist nicht möglich und es sind halt schon es sind halt sieben Steine die ich habe die ich brauche und das ist halt trotzdem es ist trotzdem zu langsam es ist wahnsinn oder es sind sieben steine die ich brauche es ist trotzdem zu langsam vier Niederlagen drei heute absolut nicht akzeptabel aber wenn ich mir die Gegner angucke was da war zweimal departed einmal I'd hit that guck dir die defensiven an das sind alles 30er drum das ist das beste was du haben kannst in diesem spiel überall volle truppen aggravated hell house die sind auch nicht so schlecht die sind 24 okay aber wenn die voll sind dann sind die auch um die 160.000 war score also auch top 100 top 150 irgendwie so der ist der fällt ein bisschen aus der reihe aber auch da nix dann zerstört dich ein jova alleine in dem fall war es jova und panther schön sehr schön sehr sehr schön was haben wir hier ja mein ein ein level platz das ist es kommt kein angebot für helden kapazität ich kann einfach nicht leveln ich habe einen königlichen ballon gekriegt guck mal hier geil oder der wird eh wieder recycelt also von daher besiege 10 elite gegner ja werden wir wohl machen jo nahrung kann ich auch sporadisch noch einsammeln ich stelle hier ganz viel tränke her und sowas damit ich ein bisschen meine nahrung runter kriege weil ich ja nicht leveln kann ich hatte schon überlegt meine zweite eine zweite truppe auf 30 zu bringen da geht einmal komplett nahrung drauf und können mal wieder komplett neu auffüllen würde eventuell sogar sinn machen anstatt mana tränke 2027 bis was weiß ich was zu machen was was machen wir mal jetzt einmal komplett nahrung raus wir machen wir haben ja alles 30 29 29 23 wir fangen an mit ich weiß gar nicht machen wir eine magic auf 30 ja ne oder zwei mana auf 30 naja wir machen magic auf 30 mal gucken kann ich das hier in grün machen mal gucken das wird aber knapp geht es geht was soll wir das machen ja komm ja auch raus so grüne magic auf 30 30 30 29 ja sieht doch schon mal besser aus die nächste kann ich jetzt nicht mehr machen da müssen wir jetzt erstmal wieder Nahrung sammeln und Truppen warte mal also nur mal rein spaßeshalber hätte ich mit den Truppen genug ne 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 aber fehlt gar nicht so viel nur 520 jo dann habe ich genug jetzt habe ich erstmal wieder keine Nahrung aber ich kann ja sowieso nichts machen von daher ist das ja alles jetzt machen wir das so und das gleiche spiel kann ich jetzt tatsächlich auch mit den anderen machen ne also hier habe ich auch genug um die hoch zu kriegen aber blau auch ja machen wir jetzt mal so nach und nach hätte eigentlich lila machen sollen weil lila in der defensive steht ne ich bin auch ein bisschen duselig aber ist egal ja die nächsten kommen so oder so okay gut Freunde dann würde ich sagen vielen Dank fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten video macht's gut ciao ciao